Es ist wieder soweit. Alle vier Jahre wählen wir unseren Bundestag. Aber was passiert eigentlich hinter den Kulissen der Wahl? Bundestagswahl Backstage. Heute... Mit welchen Strategien stemmt so eine Partei eigentlich ein Wahlkampf? Das verrät uns jetzt die Partei Die Grünen. Ein Haus, eine Wahlkampfzentrale. Die Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin. Cem Erdal managt hier den Online-Wahlkampf im Kampagnenteam. In einer Kampagne setzt man immer auf ganz viele unterschiedliche Sachen. Als erstes ist natürlich das Fundament irgendwie die Inhalte, klar. Aber dann muss man das übersetzen in klassische Plakate, irgendwelche Aktionen auf der Straße. Wahlkampfstände, die Touren mit den Spitzenkandidaten. Aber auch ganz, ganz viel Online-Kommunikation. Also wir setzen einen großen Schwerpunkt drauf. Und so sieht der Wahlkampf in grün aus. So, hier sind wir jetzt in unserem Herzstück. Hier ist online und offline zusammen. Von der Produktion über die Plakate bis zum Social Media-Team. Da sitzen alle zusammen, wir wuseln zusammen. Rund 85 Mitarbeiter sind im Hause damit beschäftigt, die Rezeptur des Wahlkampfs auszutüfteln, zu produzieren, zu organisieren und natürlich möglichst öffentlichkeitswirksam den Wählern zu servieren. Etwa in Form von Plakaten, Flyern oder Fernsehspots. Cem ist einer von sechs Mitarbeitern, die den Wahlkampf im Netz bestreiten. Teilt man da schon mal in Richtung Konkurrenz aus? Ja klar teilt man auch mal aus im Wahlkampf, das ist völlig klar. Aber wir probieren eigentlich unsere Inhalte nach vorne zu stellen und damit Kampagne zu machen. Aber manchmal ist das so, in der Demokratie haut man halt auch mal drauf. Aber dann muss man auch einstecken können. Fängt man sich da auch manchmal eine? Man fängt sich manchmal eine, aber das gehört dazu. Das ist demokratischer Austausch, damit muss man klarkommen. Um die User im digitalen Alltag abzuholen, heißt es für das Team aber in erster Linie, Facebook, Twitter und Co. und die Webseiten der Partei täglich mit Content zu versorgen. Also in Form von Fotos, Videos und Infos rund um die Wahlkampfinhalte und Aktionen. In Zeiten von Fake News hat das Kampagnenteam dabei einen besonderen Helfer. Die Grüne Netzfeuerwehr. Die was? Die Grüne Feuerwehr ist ein Instrument, ist eigentlich ein Netzwerk. Man weiß nicht immer überall, wo was läuft. Und in sozialen Netzwerken wird relativ viel Unwahrheit auch verbreitet. Und um zu erkennen, was Fake News sind und da auch tatsächlich einzuschreiten, haben wir ganz viele Leute, die uns Nachrichten schreiben. Guckt mal, hier ist eine Lüge und die geistert durchs Netz. Können wir da irgendwie reagieren? Und das ist im Wahlkampf besonders wichtig, weil da sehr viel Aufmerksamkeit auf Politik ist, auch bei Leuten, die sonst mit Politik nichts am Hut haben. Und die sind dann empfänglich für solche Informationen. Und wenn die nicht stimmen, dann wollen wir zumindest dem widersprochen haben. Nicht nur im Netz, sondern auch in der analogen Welt heißt Wahlkampf eine Menge Plackerei und manchmal sogar Training. Das heben wir uns aber fürs nächste Mal auf. Bis dann! 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 Bis dann!